Eine Rede oder Präsentation bereitest du am besten nicht an deinem Schreibtisch vor, sondern an einem Ort, der inspirierend ist, wo du einen freien Kopf hast. Ich lade dich herzlich ein, das hier bei mir in der Sprechstube im Oberallgäu zu tun. Dort hast du einen herrlichen Blick auf die Berge, auf das Bergpanorama und kannst die frische Luft im Oberallgäu genießen und gleichzeitig dich intensiv vorbereiten, deine Gedanken zusammenfassen und auch schon deine Präsentation und Rede dann üben. Du kannst auch mit deinem Team zusammenkommen. Bis zu zwölf Personen haben bei uns gut Platz. Letztlich kannst du dann hier auch deine Rede oder Präsentation üben. Wir bereiten hier nicht nur die Inhalte vor, sondern gehen auch in die Praxis, zum Beispiel mithilfe der Talkers. Perfekt ist aus meiner Sicht eine Kombination aus Training und Erholung. Du kannst hier im Allgäu wunderbar spazieren gehen, golfen und im Winter Skifahren. Ich freue mich auf dich.